Ich bin Legende! Das erste verdammter Wichsler! Das ist er! Steige raus, steige raus! Dann gibt doch diese Unterhaltung da keinen Sinn, aber egal! Ah, egal! Willkommen zurück zu Let's Play Diddy Kong Runs Donkey Kong Country. Ist das doch eigentlich immer Diddy Kong Country? Ich weiß nicht, ich glaub das hast doch wegen Diddy Kong Raze. Ja! Let's Play ist das eigentlich momentan, ja, ne? Ja, das ist immer noch das Raze. Das ist ja jetzt... Wenn ihr die Folge seht, ist es wahrscheinlich schon Ewigkeiten vorbei. Was? Das ist Blaze? Ja, ich hab Blaze Blue! Das ist cool. Das weiß ich, wir machen weiter. Wir werden Let's Play Diddy Kong Raze. Gegen den Singlen, let's play da! Make! Ach, Make! Magdaluka! Haben ja auch schonmal ein, zwei Clips eingezogen. Er ist immer verprügelt. Haha, er macht echt gute Sachen. Mhm. Okay, PUNZ! Da, da kannst du schon bleiben. Check dir deine ab! Check dir deine ab! Ah, sag wo? Haha! Alles klar. Okay, ich wär fast mir reingefallen. Da wär ich lieber drauf. Oh! Klatsch! Ich seh auch gar nichts, ehrlich nicht. Ich seh auch gar nichts, ehrlich nicht. Ich seh auch ne Brille! Wisst ihr, man muss ja sagen, wir spielen gerade auf einem winzigen Screen. Auf äh... Breite 20cm, Höhe 10cm. Nein, das ist wohl ins Screen. Aber schon immer Fall ab! Stimmt! 5 und 2cm! Wollte nicht so groß zu sein. Hahaha! Nein! Ist schon gut, es klappt schon. Oh, ich hab dich gerade verwechselt mit mir. Das passiert mir ständig. Ich hab's streng. Warum ich hinten ist? Was? Das ist auch warum ich sinnlos einfach runterkippe. Weil ich... Spaß an habe? Ja. Hallo, nein! Was machst du? Ich gehst da hoch! Das wär doch Käse mese! Das hätte jetzt so auch nicht geklappt. Warte, ganz kurz. Ich muss das nochmal. Ja. Du bist der Kugel in die Einzelne, Alter! Ich hätte nicht erwartet, dass es auf einmal so schnell geht. Egal. Für ein paar Wannann habe ich jetzt Leben verloren. Toll. Du hast ihn nicht verpasst. Das wäre ein Legender gewesen. Ja, rote Krabbe! Oh oh. Mein Liebesraum! Du bist auch gespannt. Okay. Du schießt noch mal da. Nice. Du schießt noch mal da. Du schießt noch mal da. Nein. Nein. Tschüss! Ihr Entert euch! Das hat Ziel! Das hat wirklich Ziel! Ach so. Nee, hä? Ach so! Der Arsch ist auch schon mal. Ja, Manni. Ja, nein. Ich bin wirklich schon tot. Vor allem zum Glück. Hier ist der Arsch. Ja, hier. Der ist auch noch da. Der Arsch ist ja eigentlich süß. Eigentlich eigentlich süß. Ja, nein, 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 nein! Nur weil dir den Arsch geblasert hat, sonst ist es immer noch nicht süß. Ey, das war vor ein paar Jahre. Nein. Das war heute Morgen. Er war jung und brauchte das Geld. Pass auf's nicht. Hahaha! Wie schön ist das da, oder? Ich hab vielleicht schon wieder dich mit mir vergewechselt da. Vergewaltigt euch gar nicht von der Stadt. Nein, natürlich! Was geht denn mit dir, Daniel? Ah! Er hat den Sinn zu überworfen wie er weg. Vergewaltigung fuhr. Wo ist hier? Yay! So, jetzt müssen wir da wieder durch. Ja, wir müssen in der Stimme. Ja, das hätte ich jetzt auch nicht eröffnet. Überhaupt damit! Alter! Damage! Ich wurd getroffen! Ich darf mit Pissern! Mach euer Scheisschipp! Ja, was? Wir haben auch die Korrenten mit dem Schatt, die Korrenten mit dem Schatt, die Korrenten mit dem Schatt. Wenn wir die komponieren, kriegen wir mehr Münzen. Ewig durch. Wir haben schon ewig keinen Tops mehr gesehen. Ich wollte drauf springen, weil ich dachte, das würde er exaktieren. Komm neu! Ich hab nur noch einen Herz, deswegen. Oh, ich bin so der Noob, Alter! Oh, ja! Wird ja besser jetzt! Ja! Wir steigern uns doch schon! Steigern? Ich bin tot! Warte mal! Komm, wir rein! Halt! Halt! Ah! Loll! Okay, wir kommen jetzt da rein! Oh, oh! Achso! Warte, dieser Schuss hat auch immer alles hinterlegt! Tja, ne, komm! Sonst haben wir nicht! Unwechsel mal geschieden, ne! Ja, okay! Scheiße, da wäre was gewesen! Na, na, na! Wurzelteil! PAN! Die Fresse, Alter! Ey, das war... Das war ein Endgegner! Ne, das war ein Cap! Ich weiß nicht, doch! Das war der Endgegner vom letzten... Da, ein... Ein... Okay, die segeln offenbar nicht so oft, da hängt schon Moos dran! Ja! Ja! Äh... Sie sind ekelhaft! Haha! Sie sind ekelhaft! Ich hab schon Pilze... Nee! Ich traue doch nicht so... Oh, hier! Jetzt aber! Genau! Oh, genau! Didi-Kong! Äh, hier! Donkey Kong! Hier! Das ist mit dem Schiff! Weißt du noch? Äh, welches? Das ist mit dem... Da, wo der Gaia dahin ging da war! Achso, der zweite Teil da! Okay, Vorsicht! Was uns nix bringt, weil wir das O nicht haben! Oh! Halt! Oh! Und quetsch! Oh! So! Oh! Oh! Ich geh nur noch mal zum Atmen mit... ... ohne... ... dass man es weiß! Von dir! Nein! Komm mal mit! Komm mal mit! Oh! Von mir hab ich doch gesagt! Ja, hier! Ja, hier! Ja, hier! Doch, du! Weil da hältst du aber meine! Das ist ja ne alte! Sie hat auch schon mal aufgehoben! Du bist du nicht unbedingt, hä? Ja! Ja, weil du mich schon mal damit angerufen hast! Ich ruf keine Leuchten an! Ja, du hast mir gerade mal angerufen! Du schön! Ja, ja! Nein! Das stimmt nicht! Oh no! Auf sowas müsst ihr euch einstellen bei dir! Ach so? Ach so? Nee, bei dir! Ach so! Ach so! Ich hab sie voll verwehrt! Oh, Alexander! Er ist ein merkwürdiger Gast! Was?! Er ist ein sehr merkwürdiger Gast! Wieso haben wir ihn eingeladen? BATS! Das war voll One Piece-mäßig! Oh, oh, oh! Gold Roger! Gold Roger! Gold Roger! Alles Roger! Moment mal! Du musst um... Nee, ich fahr mit ihm zusammen los! Ja, nur du musst erst anrufen, dann musst erst her und dann... Ja klar! Also, das... Ja, wie machen wir das jetzt erst? Wir machen jetzt noch mal ein Level? Nee, ich glaub wir sollten das jetzt mal für heute lasten! Okay! Ist ja zwar nur ne kurze Episode, aber das muss leider mal sein! Legende! Jetzt müssen wir mal... Jetzt müssen wir mal gucken, was ist, wenn wir das Spiel beenden machen? Also, Speicherfunktion hab ich jetzt nicht irgendwo gesehen. Ich da... Geh ich mal davon aus, dass das Spiel automatisch speichert. Geh mal auf Option mal, sie hat das ja zu... Nee, das ist nur Audio und Steuerung. Ja, da... Ja, da... Ich geh mal davon aus, dass das Spiel demnach automatisch speichert. Wir hoffen mit dir es. Gucken wir mal... Spielen... Äh... Schnell vor, wir gehen jetzt auf neue Spiele... Oder Spieleladen... Alles weg! Ich würd' ich sagen, geht halt schon! Mal gucken... Nee, da ist alles! 22%? Da! Ja! Das Spiel ist lang! Das... Da werden wir noch lang auskommen von haben! Alles klar! In Ernst! Und es bleibt ein Let's Play Together! Wir bleiben together! Das nächste Mal... Leute, wenn ihr seht, ich... Nee, da werde ich nicht mehr so aufheben! Das ist das Schwierbe... Das ist so wahr! Bei meiner Ehre! Ey, schreck! Nein! Nein, komm, komm! Wenn man sich die Partner anguckt, die zählen genau ab, wie oft er gestorben ist und so! Ooooooh! 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 Ja, ihr habt... Ihr habt... Das ist jetzt so ein fettes Piepen hier bei seinen Rechner-Eingängen, aber... dass sie unterhalten jetzt gar nicht keinen Sinn ergibt. Aber egal! Ich seh da schon kommen, irgend so'n... Irgendein Zuschauer macht das schon die ganze Zeit! Und zählt wer, wie oft gestorben ist... Das würde mich ja interessieren! Du bist echt interessiert! Wenn einer von euch wirklich jetzt das aufschreibt... ...werflich gestorben bin... ...dann... ...äh... auf www.wirsuchenzuschauer.de gehen... Genau, schreib jetzt mal eine Bewerbung! Nicht schon wieder im Keller! Ja doch, du kommst jetzt gleich wieder zurück in den Keller! Oh Mann! Wir waren schon die letzten drei Jahre! Dann machen wir... Dann machen wir mal ein Casting oder so und dann... Ja, und jetzt stecken wir ihn erstmal gleich in den Keller! Wer kann diese Perversreden... Da dann wie echt... Wer ist Tobs genug? Ja, stimmt! Das steht hier in der nächsten Folge! Von Donkey Kong Country Returns! Bis hier oben! Du bist nicht Tobs genug!